so und damit herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der wolfhard lp und ich will euch mal sagen ja ich mache let's play es eigentlich so was mir gefällt und ich hoffe ihr bleibt ein bisschen guckt euch ein bisschen drum ansonsten ich habe sehr viel spaß daran jetzt keiner der jetzt jeden tag was hochlädt aber sofern ich lust habe und spaß dran habe kommen auch immer mal wieder welche immer mal wieder welche folgen oder wenn ich gerade was spannendes habe was ich zeigen kann dann wird das dementsprechend auch umgesetzt zurzeit ist es leider so dass mein rechner nicht so super ist deswegen kommen auch nicht allgemein sag ich mal gutes oder in guter qualität aber das wird sich demnächst ändern und ja schaltet ein bleibt dabei gebt mir daumen nach oben wenn es euch gefällt aber genauso auch daumen nach unten hilft genauso dann weiß ich zumindest dass das irgendwie was verändern muss oder vielleicht so ich versuche es einfach irgendwie ich habe bewusst erst später den teaser eingefügt einfach aus dem grund um halt ein bisschen selbstbewusster aufnehmen zu sein naja hier ist erstmal schluss für mich und ich wünsche euch viel spaß auf meinem kanal ciao